Hey, hey, hallo ihr Leute und willkommen zurück zu New Life und ich stehe hier ganz allein in der Meters Haus so ganz... Hallo, Minecraft-Freunde. Ja. Bei mir gibt es aber kein New Life heute. Ich mache nur bei Kalle jetzt mal mit, weil der noch eine Aufnahme braucht. Am Sonntag habe ich nämlich, eigentlich nehme ich einen Tag vorher auf, am Sonntag habe ich halt noch mal eine Stunde gestreamt und dann bin ich halt so ein Kumpel, deswegen habe ich keine Zeit gehabt zum Aufnehmen. Ja, weil ich halt immer um halb neun aufnehme und dann habe ich kurz vor neun angefangen zu streamen. Ach, Meters, komm mal kurz mit, ich will dir was zeigen. Warte, 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 warte. Ich will mein Haus korrigieren. Da ist noch ein Fehler. Ich komme mit. Okay. Du hast ne Elefant, ja. Kannst du das schon reiten? Nein, das geht irgendwie nicht. Das geht. Irgendwie geht das bei mir nicht. Dort manchmal ein paar Tage, bis man das reiten kann. Auf jeden Fall ist der schon gewachsen. Der ist schon gewachsen, auf jeden Fall. Ja. Also das ist jetzt die vierte Folge. Das ist jetzt die vierte Folge, die ich jetzt habe, noch von den zehn Folgen. Ja. Na, also, aber bis jetzt hat der Sattel noch nicht gepasst. Jetzt! Es sitzt! Geht? Also der Sattel ist drauf. Oh mein Gott, Meters! Ja, reiten darfst du es erst in der nächsten, ne? Ich habe ihn schon geritten. Ich reite ihn gerade. Nein. Ich bin drauf. Das darfst du noch gar nicht. Meters, guck mal. Das darfst du erst für Mittwoch. Ach Mann, und ich habe das nicht in meiner Aufnahme. Das heißt, ich habe es innerhalb von vier Folgen geschafft. Ja, was für einen Sattel hast du da genommen? Den ganz normalen, den ersten da. Cool. Ey, 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 pass auf, dein Pferd. Das mag den Elefanten nicht. Aber schon cool. Geil, ich habe einen Elefanten. Weil ich habe einen Nachbarschaftsschreit mit dem Exo. Ja? Ja? Ja, komm noch mal her. Komm mal her nochmal. Legst du mal die Schilder durch. Nein, ich komme jetzt nicht mehr her. Ich muss ja bauen. Ich lese es dir vor. Da steht, Alter, Ausrufezeichen. Der Elefant ist zu laut, liebe Grüße Exo. Ich kann nicht schlafen. Das muss aufhören. Pass auf, ich kacken Kreis, setze Schilder vor sein Haus. Ja? Weißt du, was da steht? Nö, mein Elefant. Jetzt gibt es Nachbarschaftsstreit. Ruf doch Peter Svegas. Vielleicht schlichtet er ja unseren Streit. Womöglich bringt er das wirklich. Geil. Ja, Leute, ich habe es innerhalb von vier Folgen geschafft. Guckt es an. Jetzt haben wir die letzten beiden Haken. Ihr habt es ja gehört, das Plopp, Plopp, als ich auf dem Sattel gesessen habe. Ich habe es geschafft. Wir haben die Liste abgehakt. Und ich habe in meinen letzten Folgen immer so eine Liste oben links mit. Das muss man vorbeischauen. Da steht zehn Folgen. Elefantzehen und Elefantreiten. Jetzt habe ich alle drei Haken. Und ich habe es geschafft. Also ich habe es mir richtig verdient. weiter hier in New Life zu sein, obwohl ich gestorben bin. Ja. Ich muss nichts mehr lösen. Weil wenn ich das nicht geschafft hätte in den zehn Folgen, hätte ich eine neue Aufgabe gehabt. Und, oh gut. Hoffentlich stimmt mir das als nächstes. Dann gebe ich ihm auch eine richtig scheiß Aufgabe. Erzähl mir den Wolf, Alter. Du darfst den Wolf halten. Den Werbwolf. Nein. So schlimm war das die Aufgabe gar nicht. Such den Werbe, auf der sich so ein Mensch bewandelt. Oh, guck mal. Ich kann reingucken. Ui. Ach, schön. Eisen hat er da drin. Ja, du darfst das nur nicht rausnehmen. Nein, das mache ich auch nicht. So, meine Freundin sich legt da neben mir und guckt mich an. Meine Zuschauer wünschen, dass du saugst. Das fanden sie total geil. Bitte saugen, bitte saugen. In der Aufnahme. Das mögen die total gerne. In der Aufnahme, dass du saugst. Das haben sie total gefeiert. Ja, das fanden sie so geil. So, deine Freundin. Der ist im Livestream, kriegt das manchmal noch mit. So, ähm, du hast immer noch Hunger. Mach dir ruhig noch ein Brötchen. Ja, dann pack bitte nochmal zwei rein. Die letzten beiden und es ist ruhig, okay? Okay. Programmen sollst du ja nicht. So, ich muss den Vorbau komplett eins nach vorne bringen hier. Okay. Ich gehe jetzt gerade zu... Ich gehe gerade zu... Wie bitte, Schatzi? Egal. Ähm, jetzt wieder bei Tamsa Clown. Aber diesmal gucke ich wirklich nur noch vernünftige Sachen. Denn ich möchte Fisch braten für uns alle. Das heißt, ich nehme jetzt wirklich... Äh, nee, brauche ich alles nicht. Aber der hat genug Fisch. Das heißt, ich kann... Obwohl ich habe auch noch genug Fisch. Aber ist das eine Erdbeere? Strawberry? Wie geil. Jo. Dann kannst du Erdbeersaft machen. Ja, wenn, dann pflanzt man die an, ne? Also ich will ja sowieso... Ähm, ich werde jetzt im nächsten Livestream am Samstag. Da wird ja... Oh mein Gott, wie schnell kommt denn der Wolf an? Äh, da werde ich meinen Keller weiterbauen. Denn ich möchte komplett unten im Keller möchte ich, ähm, komplett Wasser machen, wo dann Fischernetze reinkommen. Und, ähm, Dings, wie heißt's? Ähm, komplettes Acker mit meinen Früchten und Bäumen und unten so. Also ich mache mir so einen richtigen Bunker. Bunker? Ja. Brauchst du eigentlich was zu essen? Ich hab... Ich hab... Ich hab reichliche Apfelsaft gemacht. Achso, ja. Weil ich hab jetzt... Äh, ich hab schon zwei Stacks Fische gebraten. Okay. Und die verbringe ich jetzt gerade unten im Lager in die Lebensmittelkiste. Erkennst du eigentlich schon mal einen Geheimgang? Das Einzige, was ich brauche, ist, äh, irgendwie ein bisschen Hilfe. Uh, das muss ich anders... Warte, ich komme sofort. Okay, da ist noch Kohle drin. Weil das hier muss nämlich eins breiter... Müssen wir aufpassen, dass der Sand nicht runterfällt. Das geht mich da unten... Ich hör dich gerade... Du bist ja genau über dem Lager. Ja, genau. Und das Lager, das muss hinterher noch, äh, wieder zu sein dann. Ja, das Lager... Also das fällt eh nicht auf. Ich hab da die Decke gemacht. Glaubt. Denkst du? Denn ich bin nämlich in der Decke drin. Ja, vom... Vom Acker. Aber hier. Lager. Lager, nicht Acker. Ja, ich meine ja den Acker. So, äh, warte. Cool. Das mache ich nämlich dann, äh... Ist doch geil. Das ist doch lustig. Das mache ich dann, äh... So. Das kommt dann zu. Wieder. Kann ich nicht benennen? Nee, kann ich leider nicht benennen. Kann ich nicht alleine nehmen? Kann ich auch nicht. Ich will dich benennen. Ich such mal... Warte, ich such mal ein Maskottchen. Vielleicht finden wir jetzt mal ein schönes Maskottchen für unseren, äh, für unser Dorf. Das muss wieder zu. Zack. Ein Schweinchen oder so. Warte mal, ich glaube, ich habe ein Schwein gehört. Öh. Mithos, lass mal schlafen gehen, bitte. Äh. Dann muss ich erst mal wieder zurück zu meinem Haus laufen. Ich bin nicht gerade in die Farm reingefallen. Hahaha. Hahaha. Ja, nee, ist klar. Hahaha. So. Okay, ähm... Hahaha. Hahaha. Schlafe mein Kindchen, schlafe schnell ein, sonst wirst morgen kein Sonnenscheid. Du kriegst du aufs Maul, du kleines Kind. Lalalala, jetzt geschlafen. Ja, nee, ist klar. Geschwind. Warte mal, ich muss mal gerade, ähm, was einstellen. Ähm, und zwar, äh, wie war das nochmal, wie habe ich nochmal, ähm, würde, äh, würde, ähm, ähm, Minimap aktiviert wieder? Wie war das? Du meinst, Wegpunkte setzen, oder was? Ja. Ja, das, äh, ich habe das umgestellt auf, muss der Umstände auf Ü, also ich habe es auf Ü gestellt. Äh, nein, wo, äh, wo stelle ich das ein? Ja, bei, bei, äh, äh, Dings, ähm, oh, 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 Steuerung. Steuerung, genau. Da war das. Und zwar, so. Und zwar. Und zwar. Haut mich, weil ich die Ratte tüte, weil die Ratte mich angreift. So, ich brauche ein Schweinchen oder eine Ziege. Eine Ziege, die ich Gisela nannte, ist ja auch irgendwo. Irgendwie geht es nicht auf. Ja, du musst, wie gesagt, äh, du musst auch einen anderen Buchstaben belegen dafür, weil... Äh, nein, nein. Ja, das geht auch, Mythos, das geht auch. Bin, bin gleich wieder da, ähm, so. Oh mein Gott, ich habe Gisela gefunden. So, jetzt nochmal. Gisela, bleib mal stehen. Was, Gisela? Ich habe hier eine Ziege, die habe ich Gisela genannt. Die hat mir was bekommen. So, warte mal, kann ich das Ding an die Leine nehmen? Nein, das ist die Gisela. Alles mit dem Hörer gewählt. Da, SB, das... Das muss geändert werden. Ha, ich habe dich an der Leine. Ich habe dich an der Leine. Kann ich nicht mit dem Handfedern. Irgendwo ist noch, äh, weiß. Moment. Was? Ich will die... Äh, ich bin umgegangen. Man kann sich nicht vertragen. So. Jetzt sollte das gehen. okay gefüttert aber wenn du dich nicht füttern lässt das wäre ein gutes markt was gott schon gewesen dann muss ich das mit gisela machen so ein paar äpfel die wand die muss natürlich eins nach außen geht so sonst nicht wir müssen jetzt erinnern dich ins hohe gras ja ja das genau nein nein wo ist das denn jetzt das vieh weg was der für ein vieh alle was treffst du da warte nein ja ich hab einen glühwurm der kommt jetzt nach hause ist das auch das auch ist das überhaupt firefly dann äh jetzt machen wir das hier stimmt ich hab jetzt ein viehchen das bring ich jetzt mit nach hause ja so einen kleinen firefly so einen kleinen glühwurm oder sowas die bälle oder was auch immer das ist okay schalalala ich weiß nicht die bring ich irgendwo hin um jemand zu ärgern scheiß vergiff's will ich dir ja ja die hast du überall so ein blöd mit dem ja 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 aber okay man kann sie ja abbauen hä wo ist denn jetzt die leine hin so oh nein das muss ähm ist die leine weg die leine weg kann ich einfach weg sein so das machen wir eins nach außen das dahin die leine ist weg so genau dann muss das fenster auch eins nach außen auch mal ein meter das ist meine leine weg hast du hast du noch spinnenfäden äh spinnenfäden muss ich gucken warte mal äh auf vier stück nur ich glaube nicht sag mal gucken nicht nein meine letzten habe ich stemster gegeben für na egal also für die fischdingern egal jetzt drauf gekackt ähm ich beende heute aber auch die folge das war's mit der folge new life von heute den elefanten gezähmt uuuh geil mittwoch geht's dann weiter mittwoch zeig ich das nochmal allen dann das heißt ihr werdet es dann nochmal richtig sehen also dann offiziell Mensch sei mal nicht so laut auf jeden Fall Leute wenn es euch hehehe wenn es euch gefallen dann könnt ihr euch einen Daumen nach oben geben ich bin jetzt weg ich wünsche euch was Auf Wiederschauen und Tschüss